hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge beim verlies wettrennen we 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 ach du heiliger schlosser man kann nicht nach hinten drücken wow nur l und y ich habe es geschafft. Krass. Wo ist denn der Rest? Ich hoffe, das müssen wir gleich nochmal machen, oder? Was sind denn die Buchstaben, Alter? Also Minzen ja, haben wir. Versteckte Seite haben wir auch. U und C haben mir noch gefehlt. Wiederholen. Wenn ich jetzt Wiederholen drücke, habe ich die anderen Seiten trotzdem? So, dann muss ich das mit einem Büsch machen. C ist da oben irgendwo. Ich sag mal, das L ist jetzt nicht mehr so crazy. Das ist okay, da bin ich mir klar. Ich kann mir richtig mit einem richtig coolen Flohbisch und richtig durch und so. What? Wenn der mich da runtergekickt hat. Aber wenn man es richtig, ne? Wenn man die Tarte richtig kennt und dann ist man richtig schön flower, da kannst du schon alles einsammeln, wenn man die meisten Punkte so bekommt. Level abgeschlossen. 100% erledigt. Nichts wie weg. Alter, wenn man über 700 Münzen eingesammelt hat. Ui, Misty, dass du mich aus diesem Schlemmes gebreit hast, mein kleiner Tuchtu. Ich bin Karl, der coolen Hauptling und von mir des Wächterordens. Ich würde dir mal meinen Best-Schültisch erbitten. Aber ehrlich, irgendwie in den Trümen vergräben, verstehe ich. Vielleicht könnten wir alle eine neue Perspektive gebrauchen, ne? Du kannst alle möglichen Dinge finden, wenn du hittest. Oh mein Gott, ey. Ein bisschen viel öst. Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass er Türke ist. Ich glaube, er war Franzose. Ey, du hast jede Seite in dieser Welt gefunden. Ich habe an etwas Besonderem für dich gearbeitet. Eine Art Souvenir. Komm in meinen Laden und sieh es dir an. Mit Bulimie zerstürmend mit dem Nicht-Trainingsanzug. Aha. Dann kriegst du immer das Kostüm von dem Bösewicht zu sagen. Sehr schön. So, dann sind wir hier, klein Mr. Indianer Fuchs. Oder was? Sehr schön, Leute. Sehr schön. Ah, ich mag dieses Spiel jetzt schon. Wirklich schon zum Ende. Wirklich super knackig. Aber ich freue mich drauf. Und ihr euch sicherlich auch. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.